Geschichtlicher Hintergrund Die Gita ist wohl nicht, wie vielfach angenommen wurde, ein ursprünglich unabhängiger Text aus dem 4. oder 3. Jahrhundert v. Chr. gewesen, der später, 2. Jahrhundert v. Chr. an passender Stelle in das gewaltige Ebos Mahabharata eingefügt worden sei. M. Winternitz Denn nicht nur die Rahmengeschichte, sondern auch der Gang der Argumente, der Unterweisung Krishnas an Arjuna, ist so sehr mit der Gesamtstruktur des Mahabharata verwoben, dass es plausibel erscheint, die Gita zuerst als Teilabschnitt des Mahabharata selbst zu verstehen. Je abe van buitenan Die Gita ist nicht ungeschichtliche Offenbarung, sondern Belehrung Gottes an den Menschen, Arjuna, angesichts der extremen Situation der Ordnungslosigkeit im Kali-Yuga, dem letzten Zeitalter des Verfalls, des Dharma. Genau in dieser historischen Situation erweist sich aber ihre zeitlose Wahrheit. Der Legende nach gilt der weise Vyasa als Autor des Mahabharata und damit auch der Bhagavad-Gita. Das gesamte Epos besteht aus etwa 100.000 Versen, die in 18 Büchern Parvan eingeteilt sind. Die Gita umfasst 700 Verse im sechsten Buch, Bhishma Parvan. Die Einteilung des Textes durch Zwischenüberschriften haben schon die alten Kommentatoren vorgenommen. So schreibt Jamun Ajariya, 10. Jahrhundert, dass die Gita eine Lebensphilosophie für Arjuna lehre, der zu Gott Zuflucht genommen hat, weil er angesichts der Widersprüchlichkeit der Ansprüche an sein Handeln verwirrt ist. Und er fährt fort, dass die Kapitel 1 bis 6 das Handeln zum Thema haben. Karma-Yoga, das im Wissen um die Wirklichkeit des Atmen gründet, damit der Adept in der Verwirklichung des wahren Selbst voranschreiten kann. Kapitel 7 bis 12 führen dann in die Gottesliebe, Bhakti-Yoga ein, was ein genaues Wissen bezüglich des Wesens Gottes voraussetzt, wobei Bhakti nur in Verbindung mit Wissen und Handeln verwirklicht werden kann. Kapitel 13 bis 18 befassen sich mit der Erkenntnis, Gyan-Yoga, solcher Probleme wie Natur, Atmen, Schöpfung, Allmacht Gottes, das Wesen des Handelns und so weiter. Natürlich ist die Gita keine systematische Abhandlung, aber diese Einteilung vermag doch zumindest eine erste Orientierung zu geben. Der geschichtliche Hintergrund des Mahabharata ist ein Erbfolgekrieg, in dem eine klassische tragische Situation entsteht. Der Pflichtenkonflikt, aus dem es keinen Ausweg gibt, ohne dass die beteiligten Menschen schuldig werden. Neben diesem Grundthema des Erbfolgekriegs zwischen den Kauravas und den Pandavas enthält das Epos zahlreiche Legenden, Göttergeschichten, Lehraktate über Recht, Krieg, Politik, Philosophie sowie Märchen und Fabeln. Bereits im fünften Buch wird das Problem von Krieg und Frieden diskutiert. Schon hier erscheint der Krieg nicht mehr nur als glorifizierter Schauplatz männlicher Selbstverwirklichung, sondern als blutiger Horror. Dennoch ermuntert Krishna zum Kampf, denn die Ambivalenz der Situation spitzt sich zu. Wer nicht kämpft, öffnet das Tor für weiteres Unrecht. Die geschichtlich-politische Situation treibt Arjuna in ein kaum auflösbares Dilemma. Bhishma, der älteste Sohn des Königs, Shamtanu von Kurukshetra, verzichtet auf die ihm rechtmäßig zustehende Thronfolge, weil Shamtanu dem Vater eines niederkastigen Mädchens namens Sadjavati versprochen hatte, dass ihre Söhne auf den Thron gelangen würden, wenn er die Geliebte zur Nebenfrau machen dürfe. Ihr erster Sohn stirbt, der zweite heißt Vichitra Virya. Als dieser König geworden ist, wird für ihn eine Prinzessin gefunden, die allerdings nur durch Levirat sehe einen Sohn gebührt, der Tritarashtra heißt und aufgrund seiner Blindheit das Thronerbe nicht antreten kann. Sein Halbbruder Pandu wird König, zieht sich aber mit seinen zwei Frauen in die Wälder zurück, um ein Leben als freier Jäger zu führen. Pandu hat fünf Söhne, die Pandavas, deren Ältester Yudhishthira ist. Arjuna ist der Mittlere der Brüder. Nach dessen Vaters Tod kehren die fünf Pandavas nach Kurukshetra zurück, wo der als Regenz in der Hauptstadt Hastinapura, etwa 100 Kilometer nördlich des heutigen Delhi, eingesetzte Tritarashtra, inzwischen hunderte Söhne gezeugt hat. Dies sind die Kauravas, deren Ältester und Anführer Duryodhana heißt. Obwohl die Legitimität des Herrschaftsanspruches der Pandavas allgemein anerkannt wird, zettelt Duryodhana eine Verschwörung an, um die Pandavas ins Exil zu treiben. Die Pandavas heiraten Traupadi, die Tochter des mächtigen Königs von Panjala, der ihnen fortan politisch und militärisch Beistand leistet. Duryodhana lenkt ein, und der Friede wird durch den Kompromiss einer Reichsteilung möglich. Judishthira soll nun zum König des Teilgebietes mit der Hauptstadt Indraprashtha gekrönt werden. In einem Würfelspiel mit dem listigen Duryodhana, das Teil der Krönungszeremonie ist, verliert Judishthira alles, auch seinen Thron. Zur Strafe werden die Pandavas für 13 Jahre verbannt. Nachdem diese Zeit abgelaufen ist, kehren sie aus den Wäldern zurück und fordern ihr Teilreich und die rechtmäßige Herrschaft über Indraprashtha ein. Duryodhana aber begeht Rechtsbruch und weigert sich, die Herrschaft auch nur teilweise abzutreten. So kommt es zum Krieg. Bhishma hat unterdessen zurückgezogen und in stiller Opposition am Hof Duryodhanas gelebt, aber insgeheim erkannte er die Ansprüche der Pandavas an. Doch ist der Duryodhana zur Loyalität verpflichtet, zumal ihn der König zum obersten Herrführer der Kauravas macht. Er, der Senior des Königshauses aus einer zwei Generationen zurückliegenden Zeit, da die Familie noch nicht gespalten war, wird das erste Opfer. Arjuna, der auf der Seite der Pandavas gegen ihn, seinen großväterlichen Freund, und die anderen Verwandten und Lehrmeister kämpfen muss, um das Unrecht durch weiteres Unrecht zu überwinden, zweifelt an der Rechtmäßigkeit einer Moralität, die ein solches Handeln verlangt. Samjaya berichtet zu Beginn des Buches Bhishma Parvan dem blinden König Dritarashtra, was er mit eigenen Augen gesehen und durch paranormale yogische Kräfte geschaut hat. Er erzählt in einer Rückblende von Bhishmas Tod und fügt hinzu, dass die schlechten karmischen Früchte des Betruges jetzt für die Kauravas zu reifen beginnen. Arjunas großer Zweifel wird auf dem Hintergrund des Todes Bhishmas nur noch verständlicher. Aus dieser existenziellen Verzweiflung öffnet sich der Blick in die Tiefen und Abgründe des menschlichen Lebens. Das also ist der Ausgangspunkt für die religiösen Lehren, die in der Bhagavad-Gita von Krishna vorgetragen werden. Und die Gita kehrt bei allen grundsätzlichen Aussagen über das Wesen Gottes, die Welt und des rechten Verhaltens immer wieder zu ihrem Thema zurück, nämlich zu Krishnas Versuch, Arjuna mit allen verfügbaren Argumenten zum Handeln, also zum Kampf, zu bewegen. Diese Argumente lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen. A. Unterscheidung von Leib und Seele Krishna erklärt, dass Arjuna ja gar nicht die ewige Nidya und ungeborene Aja, darum auch unsterbliche Anashina, Seele, Atman töten könne, sondern nur den ohnehin vergänglichen Körper. Kapitel 2, Punkt 18 B. Absichtsloses Handeln Das Handeln in Pflichterfüllung gegenüber dem universalen Weltgesetz Dharma darf nicht die Resultate des Handelns, Pala, also den möglichen Gewinn der Königsherrschaft und der damit verbundenen Annehmlichkeiten zum Ziel haben. Kapitel 2, Vers 47 Nicht ab wegen des Erfolges oder Misserfolges also, motiviert zur Gewaltanwendung oder deren Unterlassung, sondern allein die Entsprechung zum Dharma. Arjunas ureigenste Pflicht als Kshatriya, Svadharma, ist die Verteidigung des Rechts und der universalen Werte. Er muss also kämpfen. Kapitel 2, Punkt 38 C. Teilhabe am göttlichen Ordnungshandeln Heil erlangt man weder durch Askese noch durch den Versuch, überhaupt nicht zu handeln, sondern durch Darbringung des eigenen Willens und der Tat an Gott, von dem letztlich jede Tat kommt. Der höchste Schöpfer Gott selbst ist in jeder Tat gegenwärtig, weil er durch die Welt erschafft, erhält und auch wieder zerstört. Kapitel 3, Punkt 15 Nicht Arjuna also ist der Täter im Töten, sondern die göttliche Kraft selbst. Kapitel 3, Punkt 24 Die jenseits der Zeit ist, woraus folgt, dass diejenigen, die Arjuna jetzt töten soll, unter dem Gesichtspunkt der transtemporalen Wirklichkeit Gottes schon getötet sind. Kapitel 11, Punkt 26 und 34 Dieses Argument könnte leicht missverstanden werden und darum sei betont, auch das Zerstörungshandeln Krishnas steht unter der Klammer seiner alles umfassenden Liebe, wie sie vor allem in den letzten beiden Kapiteln zum Ausdruck kommen. Zerstörungstörter oder zerstörungstörter . Untertitelung des ZDF, 2020